Hygiene Plus Produktlinie Herzlich Willkommen zur Vorstellung unserer Hygiene Plus Produktlinie. Hygiene Plus Produkte sind erhältlich für Tragen, Tragestühle und Tragesessel sowie für unser Thermo-Visco Kopfkissen. Unser System stellen wir Ihnen heute an der Stollenweck Trage 3006 vor. Ebenso ist das System mit den Tragetypen Stryker M1, Power Pro mit und ohne Expressverwaltung, Katsana und Fernokompatibel. Für Stryker tragen bieten wir die Gurte in einer schwarz-gelben Ausführung an. Die Hygiene Plus Systeme gibt es sowohl als Statikrückhaltesystem mit Statikschultergurten als auch als Automatikstatikrückhaltesystem mit Automatikschultergurten. Beide Systeme bestehen aus zwei Schultergurten, einem Beckengurt mit teilbarem Reiter und einem Beingurt. Die Befestigung der Gurte erfolgt schnell und problemlos durch die Verwendung von Einklinkbeschlägen. Das für unser Patienten Rückhaltesystem verwendete Material erfüllt in besonderem Maße die hohen Anforderungen, die im Rettungsdienst an die Desinfektion gestellt werden. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit und Gerüche an, hat eine gute Ablebfestigkeit und ist weitestgehend resistent gegen Verfärbungen. Auch für die klappbaren Tragestühle von Stryker und Ferno sowie die Tragsessel von Stollenwerk, Utila und Bluey sind Hygiene Plus Gurte erhältlich. Zusätzlich zu unseren Hygiene Plus Gurtsystemen bieten wir auch eine Hygiene Plus Kopfkissenfixierung für unsere Thermo-Visco Kopfkissen an. Dieser spezielle Kunststoffadapter ermöglicht ein Abklappen des Kopfkissens um 180 Grad. Die Fixierung erfolgt über eine hygienefreundliche Drehwirbelverbindung, welche die Klett-Flauschverbindungen ersetzt. Made in Germany ist uns ein Anliegen. Alle Schnitzlerprodukte werden an unserem Firmensitz in Niederkassel von unserem erfahrenen Schnitzler-Team entwickelt und produziert. Sie erhalten zu 100% Qualitätsprodukte aus dem Rheinland. Für unsere Hygiene Plus Produkte verwenden wir besonders ausgesuchte Materialien mit einer speziellen Beschichtung. Die Produkte sind dadurch dauerhaft geruchsneutral, einfach abwaschbar, flüssigkeitsabweisend und desinfektionsmittelbeständig. Ferner hat das Material eine hohe Abriebfestigkeit und sehr gute Gleiteigenschaften, welche das Anpassen der Gurte problemlos ermöglicht. Selbstverständlich hat auch das Schnitzler-Hygiene Plus Patientenrückhaltesystem die Crash-Testanforderungen der EN 1789 beim TÜV Rheinland erfolgreich bestanden. Viele unserer Kunden haben bereits in den letzten beiden Jahren die hervorragenden Eigenschaften der Hygiene Plus Produkte bestätigt. Wir freuen uns, wenn wir auch Sie von unseren Produkten überzeugen können. Vielen Dank. Vielen Dank.